Können Sie versuchen zu beschreiben, was am 17. April 1945 in Burgtan passiert ist? Ja, am 17. April, so von Anfang an, da war ich in der gleichen Straße am Ende, in der Straße, wo wir wohnen, bei meinem Spielfreund. Und dann hörte ich laute Schüsse und da habe ich gleich geschrien, mein Opa, mein Opa. Weil man irgendwie schon als Kind gewusst hat, der Großvater ist in Gefahr, durch das, dass er Bürgermeister ist. Und da ging mir das gleich noch. Ihr Großvater war Andreas Fischer? War der Andreas Fischer, der war Bürgermeister. Nicht in der NSDAP? Nein, er war nicht in der Partei. Und dann nach einer Zeit bin ich die Straße vorgelaufen und dann haben sie ihn schon gebracht, auf Brettern gelegen, blutüberströmt, mit ein bisschen Tücher zugedeckt. Und alle haben geheult und mich haben sie fast gar nicht mehr recht beachtet, weil das war ja ganz schlimm. Können Sie das zusammenfassen, warum und von wem ist Ihr Großvater erschossen worden? Von einem SS-Mann. Der Großvater war damals auf dem Weg zu seiner Tochter. Die war verheiratet oben in der Gastwirtschaft. Goldenhirsch, eine sehr große Gastwirtschaft, heute noch erst recht jetzt ein großes Lokal und alles geworden. Und da wollte er umschauen, was da drum los ist, weil dort die Jugend, die SS-Jugend, einquartiert war, auf so Lazarettbetten. Und da wollte er sich umschauen, ob da doch alles in Ordnung geht, weil der Schwächersohn war ja auch eingezogen, der war in Frankreich. Und da war er auf dem Weg dorthin. Und dann kam von oben, von der Hauptstraße runter, so ein Chips, so ein SS-Chip. Und da war einer drauf. Er war verwundet am Arm. Hat den Arm in den Schlingen gehabt, den haben sie da mit unterwegs eingefasst und haben gesagt, du musst mit, du musst uns zeigen, wo der Fischer wohnt, wo der Bürgermeister wohnt. Und durch Zufall ist der Großvater gleich dort dazukommen und dann hat er gesagt, dort läuft ja der Fischer. Dann ist das Ding angehalten worden und auf dem Großvater fünf Schuss gefallen. Gegenüber waren Leute von Schönweiß, die eine Frau, die lebt sogar noch, die haben alle Lautheitsgerufen. Um Gottes Willen, was ist denn da los? Und die zittern heute noch, wenn das Gespräch fällt, wie das damals war. Und dann wird er clothing nicht gesagt.